um nachhaltig heo meiko freunde heute spielen wir ein spiel das so ähnliches wie minecraft es nennt sich anschauen wer zombies mag der bütter spiel mögen weil spiel zum beispiel da ist ein komischer typ oh es ist ein zombie oh da ist ein zombie ich hab mir Kettensäge gefunden deswegen werde ich es umbringen ich kann es mal sagen nee, nur nicht das war gut, muss ich mir denken zeug ich mir ein bisschen mit er die Kompi sind übrigens kacke, falls ich noch nicht bemerkt habe als er trocken die trocken richtig geil in einer allgemein zu server ist krass doch deine fäuste oh ja, ein weg weg durchrasieren hätten sie auch im benzin-kanister noch ein krustenbogen das liegt ja nicht alles so rum ich hab schon ich habe hier schon ein paar bären ja habe ich auch schon ein scraten hat atmen und können wir doch gerne umkriegen oder ich habe einen zombie weg gemacht falls ihr euch fragt warum ich sogar nicht bekommen dass es liegt am server der server zu den servers netten für youtuber ich muss nicht russweg machen der hat man will was von mir hilfe ich werde gleich gekickt dass das wert das wert ist das marke garner jonas hast du eben ich habe irgendwie was das wasser drin trinkt 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 erstmal auf die map gucken wo die nächste stadt ist siehst du auf der karte meine markierung da ist jemand da mein spiele ich sehe es was hier passiert sich ach das bist du oh du idiot ich bin halt tot da hinten auf dem feld der weiße tülle ja du bist auch weiß da kommt so ein leckiger Typ um die Ecke und da alle ich ihn so er kann sich nicht machen ach das ist der admin ein HP und dann hast du ihn noch verwende aber ein HP ein ich habe ihn getroffen jess meiner ey das ist mein kill mein kill wir müssen trotzdem gucken was er hat man behält seine items da liegt nämlich nichts jonas hast du verbände du Hure da hast du meine verbände ja man behält seine items habe ich gerade herausgefunden jonas hast du mal ganz unten lol jonas jonas ich habe eine gegner ich glaube ich habe die admin Basis gefunden jonas kann das mal nicht richtig Basis gefunden haben ja kann gut also ich geh jetzt zu start du kannst dich gerne kannst du mir gerne tpa senden falls du möchtest wie kannst du mit du kannst du bitte aufhören diesen Namen so zu spämen das nervt mich vor wo du gestorben bist schätzt ich ich bin irgendwo auf dem fels ich habe eine chance und man will jetzt soll oder das ist richtig und mal gucken und backslämm das was das ach das ist ein Ringenschirm böller 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 was schon jonas wo bist du du hast wohl gestorben bist schätze und du bist in deine name bist du ein wenig kraftteil und wie was bist du und wie auch noch ein schal noch ein schal warum kann man im schalen schal reinpacken aber aber ja 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 ich brauche eine neue gimme gimme momentan so gimme 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 ich bin gerade dabei ein paar waffen zu holen du wirst ganz viele waffen keine sorge es kommt bald wieder mein kopf ist auch gerade neues video hochgeladen ich bin krass oder ich sag mal nicht meine videos hochladen ich habe hier den tarnz von videos der tausend gefunden ist der zombie können sie mir sagen was es ist er hat mich angegriffen wenn man ja wir haben verstanden und ha 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 ich habe ein cooler gefunden das ist immer noch so richtig krass an ich gehe in die falsche richtung auch gut einfach durch die bahn schlagen warum nicht schätze ich warum hat so ein rucksack abgerutscht wollte er ist besser als er weiß oh ja jetzt gibt's waffen time das ist ich will nicht sterben in ja ja wir haben verstanden dass er schließt nicht das muss mich einmal einschleifen Böden 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 B wir gucken es gibt es nicht wie so eine dämpfer ist gut und zwei messer wir hören wir werfen wir werfen wie viel leben hat dieses stich er sagt gerade wenn du mich tötest kommt mein freund und tötet dich beim abgestürzen wie die schrotter dann abgestürzen wie schrotter keine ahnung wir haben der ist geil er macht einfach sehr spiel dieser trotzdem ich habe nicht vermischen dafür ja so schwer so ein bisschen doch klug oder sie gestorben oder bis ich kann nicht einschätzen dass ein empire aber noch eine smoke auch irgendwelche heilung überlegen kann ich das der press um heilung zu bekommen zwar auch gesagt aber ja dann kommt jetzt ein freund natürlich hat er so gesagt ich habe die fettigung gebracht mit einem headshot ja es ist ein fettig generator sop jungen jungen hat dann kannst du auch Ich glaube, das ist irgendwo sehr gut. Wie konnte ich das... Wie kann ich Night Vision ausmachen? In. Oh, danke. Was ist das denn für ein Kack-Admin, Alter? Was? Der teleportiert sich einfach zu mir und will mich denn töten. Ich mag er anscheinend. Ja, das hat er jetzt nur mehr Essen verliehen. Deswegen legt man sich nicht mit dem Typen in der Shotgun an. Ich hab ihn auch schon mal in der Shotgun. Es kann jetzt geht's weiter auf meiner Reise. Blum, 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 blum. Oh, das war so. Oh ja, der nimmt mich gerne in Drogen. Wusste ich mir immer. Hat er sich jetzt mit teleportiert? Leonard? Das ist Vodka. Oh. Ja! Seid gold, ich schieße Vodka. Das ist Vodka. Seid gold, ich schieße Vodka getrunken. Vodka, Vodka. Danke, ich hätte nicht mehr. Irgendwas schieße auf mich. Und ich glaube, es heißt Head-Up. Weil sie gerade ein Strom machte bei mir umgefallen. Ich hab' nie was getan. Ich seh' ihn da hinten. Junge, kannst du's mal lassen. Ich will nicht spielen. Ich will an die Tournament spielen. Ich will nicht spielen. Ich warte nicht. Ich will nicht. Ich will nicht sein. Ich will nicht sein. Naja. Are you trying to kill me? Ist einfach direkt an mich bei gelaufen. Vielen Dank. Ich kann aus Wodka... Ich kann aus einem Wodka ein... zwei Gläser Wodka machen. Also ich ist ja typisch so dumm, Junge. Ich spawne da, gehe ein bisschen rum und habe mir einen Loot geholt. Der sagt, du darfst keinen Loot holen, du uren Sohn. Nee. Aber er hat das ganze Arsenal auf seinen Arsch. Ja. Welchen Show? Nein. Gar diese Sch... Geh weg! Ich habe einen Kuchen. Oh Leute, ich habe einen riesigen Generator. Ich habe gerade einen ganzen Kuchen vergerückt. Kiste. Alter. Ich werde nur noch vorgestopft mit Loot. Ja, weil... Ich werde vollgestopft mit Atmos, die mich umbringen wollen. Ich werde vollgestopft mit Kugeln. Okay. Dass ich mir halt denke, diese Admin sind halt... Wenn ich ein Admin wäre... Ich würde doch niemals einen Typen angreifen, weil er was gelootet hat. Das gehörte dem ja nicht mal. Es wurde gespawnt. Ich habe übrigens einen Infrarot-Visier auf einen Shotgun gepackt. Ja, ich sehe mich. Ich kann ja nichts anderes machen. Ich habe ja keine andere Waffe. Da einmal durch. Da einmal durch. Wo bist du gerade? Wegrennen. Wegrennen. Ich höre noch viele Schüsse. Das heißt, es muss aber eigentlich niemand in der Nähe sein. Warte, ich schiebe ihn noch einmal. Einmal. Ja, du bist hier. Du bist in der gleichen Stadt. Ne, irgendwas. Warte. Hilf mir. Ja, Admin, sucht mich. Hier. Was ist das? Ja, das kommt von links. Ich muss aber jetzt mal wie gerade Kohler und sowas holen. Ich bin der Blasen. 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 Okay, der Admin sucht. Der Admin teleportiert sich immer zu mir bei ein kleines A ist. Na, komm zu mir. Hier ist gut Loot. Bis zu den. Ich bin der gerade irgendwie aus einer Autotankstelle oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin bei einem... Mh, bei einer Metalshine. ich bin beim autoladen bei ganz vielen kaputten autos blablabla keine ahnung müsste aber eigentlich auch mal ich bin mal mechanic müsste aber auch eigentlich auch mal anfangen die Base zu bauen nein wir also zusammen doch gut ist ordentlich dieser admin kann echt gut treffen das hier so ein ich höre irgendjemanden ich bin gerade beim baum ja ich sehe ich sehe ich hei 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 pfff alles klar lass in den Wald gehen und den Base aufbauen oder? ja bei mechanic gibt es übrigens so autobatterien und reifen und sowas was hast du denn da für'n rucksack hr 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 Wenn die ins Dunkeln kommt. Ich wurde teleportiert vom Head-Admin. Hier guck, ich bin ein Doppel. Ah, da ist der, hinter dir. Oder wollt ihr mir was geben und weil ich ihn angeschossen hab, weil ich mich erschrocken hab? Der ist einfach in mir gespawnt. Ach, ich bin ja da. Da ist meine Leiche. Oh, das ist Survivor Pack. Och, nö. Nö, du kannst raus. Tschüss, ich nehme das Survivor Pack mit. Dann lass mal gucken. Das hab ich auch alles bekommen. Ich bin grad dabei, mein Inventar ein bisschen. Alter, ist da viel Wodka dabei. Ach, ne. Alter, ist das Survivor Pack OP. Gib mir einfach alles. Mit R. Wenn du sie aufgehoben hast. Alter, mein ganzes... Was? Was? Mein ganzes Bauch ist von mir Wodka unana. Mal nach Habibi, die Wodka unana. Ja, das würde ich dir zeigen. Ich würde sagen, das passt, oder? Mal nach Habibi, die Wodka unana. Mal nach Habibi, die Wodka unana. Ich will aufhören zu singen. Sonst wirst du so komplett gemütlich aus dem Video, danke. Du bist ja dann. Mal nach Habibi, die Wodka unannten. Wer den Weg habt, war ich mit meiner Asse. Alles klar. Also, du hast mir das. Das ist nur mein Craft. Den ich glaube der Craft. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an eine Base zu bauen. Ne, ich muss noch ein bisschen mein Inventar sortieren. für up Ich brauche gar nicht so viel. Warum hat der uns eigentlich Wodka gegeben? Lass es zu trinken. Ja warum hat der uns Wodka gegeben? Ja weil Wodka, wer will denn kein Wodka? Ich? Du Unmensch! Ich baue mir jetzt eine Base. Bis irgendwie hätte ich noch gerne ein Fahrzeug. Weil wir haben zwei Generatoren. Eigentlich müssen wir unsere Base in eine Tankstelle bauen. Für Benzin, du weißt schon. Alter, die Rauchbombe ist sie ja immer noch an. Ja. Und frag mich nicht wie in so einen kleinen Rucksack. Ja so klein ist jetzt auch nicht so viel rein pass. Wie willst du denn hin? Ich such grad die Tankstelle die ich gesehen hatte. Meine Energieskreis raus. Hast du eigentlich auch eine Handwaffe? Hast du auch eine Handwaffe? Ja. Hier diese Mechaniker zum Beispiel. Den hatte ich gemeint. Hier gibt es viele Autos da. Ja, lass sie hier. Horsi, ey. Missing. Ach ne, wir müssen jetzt zusammenbauen. Ja. Aber hier überall in der Stadt gibt es Reifen und sowas. Wollen wir denn hier Base bauen oder? Ja, wir haben hier. Hier liegt ja auch ein Metal-Skin. Es gibt, ich guck mal, ich gehe so ein, zwei, ich sehe, ich guck jetzt mal die Schwachstellen die es gibt. Zäune sind alles Schwachstellen, das weißt du schon. Die können die nicht zerstören. Doch, klar kann man sie zerstören. Verschiedenen Panzer, vielleicht können wir Leben benutzen. Mitten auf der Straße. Ich hab ihn gewechselt. Ich hab ihn noch. Pretty oder? Doch, es geht. Hast du eine gerät? Nein? Ich meine schon, es dauert halt eine Ewigkeit, weil die keine Kettensäge oder sowas Hier, ich habe die Tankstelle gepumpt Perfekt Bei der Tankstelle, ich habe noch Es ist in Power Source, hier ist ein Gas Kanister Hier ist ein Auto Batterie Ja, ich brauche definitiv was zu essen Corona Hier ist alles auf 100 Cent Ich muss kurz meine Schapssäulen aufwählen So, ich habe jetzt zwei Kanister voller BC Bei der Tankstelle Ich habe jetzt eine Bank aus Da kommt nur einmal was raus Jetzt gehe ich gerade mit ein bisschen Benzin zurück Was ist das so eigentlich? Black Cap Nee, danke, das wollen wir Perfekt Platz sparen Und geht ja, wenn Könnte man sich in der Bank gut verstanzen Ja, aber da findest du halt nicht sowas Gutes Oh, noch eine Auto Batterie Wieso ist eine Auto Batterie hier? So viele Autos wie hier rumstehen Ja, aber eine Auto Batterie In einer Bank Und ich hab schon White Umbrella Ella 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 Was war das nochmal? Jesus Christus Im Namen des Heiligen Jesus Ich stehe jetzt einen Generator auf Ich hab schon was, was sie zu tun kann noch Buhl, Lernmacht Ja, aber er läßt ja noch nicht an Kann ja auch jetzt halt wir mitnehmen Ja, genau Kann ja auch jetzt halt wir mitnehmen Ja, genau, kann ja jetzt halt wir mitnehmen Auch keine Chemo Ja, ich hab auch schon eine Kann mir vielleicht irgendwie Ich hab nur Blowtorch gefunden Ja, da oben ist einfach ein Jet Ich hab jetzt erstmal die 30er Magazine Weil ich kann die 75er Magazine nicht verschwenden Ja, hier ist ein Waffenladen Ein Waffenladen ohne Waffen Mit Munition Lass mal gucken Wieso ist ein Schrank in einem? Im Schrank in einem? Ja Das nenn ich mal eine Kugel Das ist ne Rakete Du Vollidiot Ich bin ein Idiot Ich kann einfach jedes Gänzen Ich glaub ich hab nicht einen gesagt Ich guck halt Ich lute Ich geh jetzt so ein bisschen durch die Stadt Und lute Essen und sowas Ja, ja Oh, oh, oh man Ich hab nur auch die Hocken Ich hab nur auch die Hocken Ich hab nur auch die Hocken Also wo wollen wir jetzt unser Haus aufbauen? Dass wir eh morgen schon nicht mehr haben Ich bau's jetzt hier erstmal Hier 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 So ein Storich Dann auch Komm Komm Danke Ich geh mir auch so in Du bist bei der Tankstelle oder wo bist du jetzt? Äh, bei der Mechaniker Also wo hast du? Danke, ja Ich bin bei der Tankstelle Ich guck mir auch noch viel Benzin Ja, mal gucken Sooooh Kann ich auch irgendwie hier so Hey Ist ja alles Zack Zack Och Gott, das ist so langweilig Kuchen Cake is a lie Oh oh Ich hätt die Schalke dann für Waffen Ehe nicht wegnehmen sollen Ich hab'n Waschbecken Ich hab'n Waschbecken Piu Aufnehmen, 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 aufnehmen Das macht sehr viel Spaß Leonhard Du bist ein Kuchen für den Ja, aber kannst du bauen Okay Robbie darle Leon ist tolliguellkrieg wie ich den kann Oh das hesitate an die kettensägel glaub ich nack das habe ich nicht frei gemacht wo ich hatte schon sehr viel platz generell fritz hast du baum eine große große generatoren haben sie sogar schon das steht schon bei uns könnte es aber theoretisch noch die tankstellen damit befeuern mit dem generator ja ich guck halt dass wir gerade mal so eine basis bekommen obwohl essen habe ich eigentlich genug der kb an wer 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 aus dem wald oder was tatsächlich der krasse bär das ist ja Wo ist die Tür? Ich hab grad ne Tür. Ich weiß, dass wir außer ein optimes Halb und sowas machen. Da ist unser Heber, da würde ich eher ne Klappe machen. Willst du auch nen Schott Wodka? Jonas, hier. Hier, auf unsere neue Basis. Jonas. Ich muss das kurz drehen. Ich hab mich verkraftet, deswegen hab ich jetzt Treppen. Neue Basis. Drehen. Ja, genau so. Ja. Perfekt. Jetzt können wir da durch. Ja, auf die neue Basis. Alles klar. Erstmal. Zwei... Wie wir Spaß haben beim Einfüllen. Ja, auf die neue Basis. Das kommt ins Fenster rein. Und dann, falls wir das aufmachen wollen, können wir das einfach wieder wegmachen. Äh, lol. Das stimmt. Das können wir das ja rauf und runter fahren. Das Ding. Der Generator ist ja an. Das ist Stopp. Jona. Ja. Hier ist ein Schott Wodka. Nimm. Ich trinke ganz viel Wodka und Gnana. Warte. Hier. Warte. Hier. Da. 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 Wenn du das mal raus wirst. Ja. Da. Jetzt." 甚aaa". Kla. Es braucht Reifen, Auto, Motor. Das Video wird schon wieder ewig brauchen zum Hochladen. Da packe ich unseren Ersatzgenerator erstmal rein. Da fliegt ein Flugzeug. Kein Schatz, da fliegt böse ein Flugzeug. Ja jetzt höre ich's auch. Ich kann das da nicht reinpacken. Ist das ne Airdrop? F eigentlich. F? Wahrscheinlich brauchst du nicht mehr. Vielleicht brauchst du ja nur auch Räder um zu funktionieren. Ich pack die Autobahn nicht mehr da rein. Und die andere auch. Und dann fliegt da noch ein bisschen hin. Da wurde wer vom Stein erschlagen. Wirklich? Ja. Und hier sind Raketen. Wenn du nach Amo suchst, in der Moll gibt's gut was. Leonard. Ich würde sogar in Nacht. Was heißt? Was heißt? Ich hab ihn verroht, du vollem Idiot. Oh Gott. Ich kann es so erschrecken. Erschreckt. Ach schrocken. Oh. Ja. Schweißbänder um den Autos zu reparieren. Achso, den hab ich schon. Römer. Oh. Ich hör' da auf mein anhört. Da breiten am今天. Ja. Ich bin da aufgekommen, das sind so gut. Ich bin da. Haft. Auf Wiedersehen. auf die. Nee, nee, geht aber nicht. Was. Da. Dann auf die Munition. Ja, nämlich die Munition rausfiedeln ist. Siehst du, geht nur das rein. So, das wollte ich machen. Ähm, hier eben schon mal ein paar Rooking abschicken. Ich platziere hier noch einen Tisch, einfach weil es kann. So, dann hier Tee. Alter, ist das viel. So, jetzt habe ich ein Infrarot. Willst du auch mal ein bisschen trinken oder essen? So, das würde ich auf den Tags nicht machen. Aber dieses Kurs sieht so scheiße aus. Er kippt einfach um. Ich habe hier so ein ganz schön viel Labor, Alter. Und hier Rucksäcke. War Golfschläger in der Schule? Ja. Vielleicht mit dem Golfschluck. Ich komme mit, ich gehe in den Rollen. Ich habe die gerade vermutet, aber da war nicht immer so viel, dass ich sie brauchen kann. Kann man mit dem Räder vielleicht craften? Walkie-talkie. Vitamine sind wichtig. Hier, Rucksäcke, brauen nicht, brauen nicht, brauen nicht. Und ich glaube sogar, unser Stand wird hier auf den Zerber schreit. Das habe ich nicht den Gestein, aber ich nehme sie einfach mal mit. Noch ein Garst, Kaniska, weil... Kaniska. 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 Oh man. Ich habe Sten gefunden. Bin ich jetzt krass? Ich habe Drogen genommen und Talala. Was? Was? Als wenn? Die haben die Ziel- und die Schusstasche vertauscht. Ich hab richtig geile Klamotten, bloß sie siehst du nur nicht. Das kannst du anmachen. Ich hab mir die Kärklamotten. Mal kurz den Aufzug. Mal hier. Safe dich! Ja! Hier! Den hat er aufgefallen. Warte, ich muss es heilen. Oh, ich hab ein Safe gefunden. Ich hab nicht geheilt von deinem Leben. Was war das? Warum schießt du jetzt auf einmal so laut? Du hast einen Schalldämpfer gerufen. Achso, der ist kaputt. Ah! Gebäck. Wow, hier ist ein Gläser. Irgendwie kann man auf die Mode, weil ich hab... Decker bacon sale. Oh, ich hab ein Auto gefunden. Ein fahrbares Auto. Oder... Also kein großes, aber... Wo? Ein kleines, oben auf der Autobahn. Achso, meinst du das Ding jetzt? So ein kleines Quad. Ja, das hab ich auch schon mal gesehen. Ich hab das Ding jetzt dabei. Piu. Geh mal in den Kopf, bitte. Das ist richtig cool. Piu. 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 Unohm manzin-Kanister. Du hast übelst die Milch in der Inventar. Piu. Ich muss kurz Wodka kinken. Ich hab bloß... Wodka und Nana. Klein, ganz, süß, Bauch, süß, voll, Wodka und Nana. Piu. 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 Ich hab Reifen gefunden. Ein von vier. Piu. 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 Ein Fahrradständer? Piu. Ich hab einfach vier Reifen gefunden. Piu. Und noch ne blowtorch. Piu. Dann lass mal hier Gaskanister. Piu. Danke. Piu. Piu. Füllen die sich auch irgendwann eigentlich auf? Piu. Piu. Was denn? Kachkanister oder was? Nee, die, die ähm, Schaffzäulen hier. Nee, die haben meistens, ähm, und in den Blick, oder? Der ist jetzt 0 bis 100, also 0 Prozent. Bibi und Nana. Der Hedgehog ist ganz schön laut und nanana. Was zum? Äh, Free-Generator? Wieso? Wo? Da ist hinter Klaus. Hallo, wir haben's. Ja, gut, ganz normal. Ich weiß. Das ist das, was wir anfangen. Immer Winter. Der und der hat immer noch ein Schockwurz gehabt. Oh, oh, das sind die Fetten. Und eine Beschweiß. Die Schürzen. Ich hab's doch. Gib mir den RPG, Alter. Gib mir ihn! Gib mir ihn! Du solltest wirklich dein Schalldampf wieder drauf machen. Hab ich, ich hab ihn nicht abgemacht. Der ist Schrott gegangen. Ich hab da jetzt nach dem meiner Verzöger mit neuer Robben. Wo bist du? Ein RPG aufsammeln. Wo du bist? Du bist nun mal ein RPG bekommen. Ja, ich will aber sehr in Wodka. Wodka? Äh, du kannst raus. Ich bin nicht für Wodka. Ich rieche es. Drop. Du kannst benutzt werden. Oh, nein. Ich hab, ich hab einen epischen Wodka gefunden. Aber ich weiß nicht, ob der besser ist wie meiner oder mein. Oder schlechter. Komm, jetzt gib ihm den Raketenwerfer. Gini, Gini, Pickup. Bisschen Space. Bisschen Weltraum. Wieso kann ich den nicht nach links bewegen? Ich kann den ja auch, doch. Den kann ich da rein bewegen. Komm, wieder rein. Komm, wieder rein. Mach ich es halt so. Wie du das möchtest. Du schießt auf mich, das hör ich. Nein, ich schieb. Ich hab gerade ein Foto. Ein Sony-Foto. Also, falls du Raketen gibst, bitte mir schenken. Dann mach ich bumm. Ich hab Raketen. Pankern. Oh. Die Spiegel, kein Foto mehr. Gibt's keine Pankerns. Und was ist das denn? Belunst? Das Belunstflinte oder so? Piu. Ähm, was ich meinst? Ich hab ne Rakete. Außer, ich will nur zu sagen. Piu. Piu. Es ist ja fast schon ein Sniper. Ich one-hit ja einfach alles. Außer Fettis. Fettis sind zu krass für mich. Oh, ein Schwein. Mit Infrarot seh ich das irgendwie nicht. Ich hab's. Piu. Wieso überlebt ein Schwein, aber ein Zombie nicht? Es ist so richtig dumm. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Wodka. Ich muss mehr Wodka trinken. Platzlos zu werden. Aber Kinder für euch keine Wodkas trinken. Wir dürfen das. Wir sind so erwachsen. Ja. Hundertprozentig. Hashtag 18. Hashtag 40%. Hashtag Weltuntergang. Hashtag noch um Leben. Hashtag noch um Leben. Huh. Hypisches Gebär. Hm. Ya. Hör ein Glock. Noch ein Glock. 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 Shhh. Ah. Glock. Glock. Ja, das war ich zu sehen. Ich habe auch noch einen Schaden, der noch was war. Es klar, es klar, es klar, es klar, es klar. Wir haben es auch nicht. Ich habe es zu sehen, dass ich es auch mal. Ich hab's gewöhnt, ich mach das mal. Das house ich doch mal! Oh, falsch. Bordnet, es ist mal neuer. Ich hab's gewöhnt, aber ich mach's. Fatman, Kunnis ist kein bisschen ingessin. Von mir, bin, bin. Wir wussten doch, was man macht. Ich liebe dich das Spiel! Ich liebe dich das Spiel! Ach Gott, jetzt muss ich ja alles wieder vor schulen. Ich hab' mal einen Kabel auf dem Post, oder dengern sich das Video eben. Kommt drauf voran, oder? Kannst du da Stratenlärm nennen? Stratenlärm! Stratenlärm! Babbel! Wie ist es ein Hardware? Ich hab' mal den Pantänen. Ich hab' mal den Pantänen. Ich hab' den Pantänen. Ich hab' den Pantänen. Ich hab' den Pantänen. Ich hab' den Pantänen. Äh, was da bringt, was da bringt, was da bringt. Ja, ich hab' den Pantänen. Ich hab' den Pantänen, ich hab' den Pantänen. Ist kein Nachtgah. Ich hab' den Pantänen aufheben können. Ich hab' den Pantänen aufheben können. Hör' den Pantänen. Der ist viel groß. Ich hab' den Pantänen aus dem Pantänen weg. Und sonst muss es dann aufhören. Falls Modgar haben, der steht ... Modgar! Was? Naja, glaube ich. Noch den Pantänen. Ich hab' den Pantänen. Oder ist der Pantänen. Ach, der Pantänen. Und der Pantänen. Ich hab' den Pantänen. Ich hab' den Pantänen schon. Ich hab ganz viel gern. Ich hab ganz viel gern. Ich bin ja drüber. Morgen bis Abend, ganz viel Drogen. Was habt ihr nicht denn aus? Nein, ich hab schon nicht. Ähm, VG-Rusch. Nein. Wo ist denn das ganze Wodka mit? Ja, heilige Wodka. Nicht, nein, nein. Pfff. Ich bin ja unkrieg, ich hab nur Wodka zu trink. Was würde das für mich wahr? Ach du? Wurde, wenn ich jeden Tag nicht mit Wokschi sein. Ja, das haben wir ja noch mit Wokschi. Das muss man, als gekrinkt zu sein. Weil ich dachte, ey, guck mal, das mit Wischi ist von mir. Ja. Okay. Und außerdem, ich glaub, du fliehst mehr wacker als Wodka irgendwo. Nein, du bist ja noch ein Gleis. Okay, du fliehst mehr ein. Als Wodka. Nein, du fliehst nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich bin auf der Panzerbahn. 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 Ich glaub, ich muss den Udaten. Hinschott. 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 Oh ja, ich bin ja, ich bin ja, ja. Kann ich mir noch irgendwie das Auto holen, dann... Äh, ja. Ich hol das Auto. Äh, kann ich mir selber machen, ich vielleicht in der Mandi oder so was. Ja, das war's, aber ich... Ich hab' einfach das Video. Geht nicht, da. Weil dann macht der direkt ein Clip da raus. Ja, ich bin ja einfach... Ich hab' die auf der Bank jetzt. Ah, noch! Ich hab' diese Englisch hier, also, ciao! Hallo! Da sind die Videos. Video ist doch nicht vorbei. Hahaha. Also. Ich geh' erst mal zu meinem Freund. Bitte einmal annehmen. Sonst töd ich dich. Äh, ich kann nicht, ich kann gerade nicht. Okay. Ähm... Was? Annehmen, bitte. Was muss ich dort machen? Ja, der ist nicht da grad der Hälste. Das weiß jeder, der ihn kennt. Ja, mach jetzt. Was ist denn das? Du brauchst so lange, dass das schon abgelaufen ist, Junge. Mach's jetzt einfach so, dass da... dann... Ich hab' diese Autopamp hier gefunden und die ist echt stark. Ich guck's mal... Bam! 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 Und ich hab... Und... Biu! Guck mal. Siehst kacke aus. Ich bin heavy. Ich hab' zwar eine bessere Rüstung, aber guck dir das mal an. Ja. Junge. Junge. Das ist keine bessere Rüstung, das ist eine Tarnrüstung. Das weißt du schon. Die ist nicht zum Rüstung gedacht, die ist zum Tarn gedacht. Ich hab'n Tisch gefunden auf dem Tisch. Was? Ja! Hör! Ich hab'n eigenlijkes... ...mach doch gleich reise, als vorbeugend in sizin dann diese... ...die diee ausmacht... Hier... guck mal. Hier. Ein Tisch auf dem Tisch. Ich hab'n 16-Zem Self. Ich denke... ...wass ich mal was darfkinken. Irgendjemand hier aufgeben. Ja... Ich fühle ich's nicht... ...ist das? Jetzt nicht... ...was ist das? Es ist... Ist das ein Mikau? Ja. Lol. Du musst gleich verschlagen. Lausch. Drogen. Mal gucken. Ja. Au. Meine Ohren. Oh, danke. Das ist so. Wie? Ich kann auch sagen. Das ist so. Äh, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ich habe eine tolle Stadt gefunden. Richtig viel Spaß. Ey, ich habe sogar noch einen Generator dabei. Ja. Ich habe einen Generator gefunden. Den habe ich dann mitgenommen. Und den habe ich dann nicht abgegeben. Bis ich das Video bei Ende schon wieder gestartet habe. Ich bin ein intelligentes Wesen. Der hat einen Gaspernister getroffen. Und das ist immer so geil, wenn du hier jetzt einfach auf 50 Kilometer entfernen kannst. Ich habe einen Kühlschrank gefunden. Ich habe immer noch den Raketenwerfer dabei. Ja. Ich habe ein Problem. Oh, eine Lampe. Wie hat man eine Lampe dabei? Ich muss kurz den Kühlschrank aufstehen. Perfekt. Dann hier noch so ein Rainbarrel. Kommt direkt daneben. Pickabuck. Kein Buch platzieren. Erst durch Schmerzen. Durch Schmerzen. Das soll weh. Miss Nix. Oh, oh. Fetty Alarm. Einfach volle Pulle drauf. Leona. Wirst du mal. Du brauchst. Ich habe noch ganz viel. Du solltest auch ganz gut nachladen, wenn dein Magazin noch nicht leer ist. Ja, ich weiß. Dann sind hier irgendwie komische Magazins. Einmal in unserer Waffel hast du sogar einen riesigen Gaskanister. Ein Spaßkanister. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Spaßkanister dabei. Ich weiß ihn gar nicht mehr. So einen fetten. Ich habe ihn aufgestellt. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Das wird ich nicht. Ich dachte. Das war nicht. Das war nicht. Ich dachte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. und wo ist er hier die Schrotter? kann man aber wieder reparieren geht zum Heli Geschrotter und Claudi ihm das schadet weh ähm da ich glaub er ist die Basis ähh also da ist jetzt so ein fetter Klotz falls ihr fragt was über was ich gerade rede so ein fetter Klotz einfach ein richtig fetter Klotz Bist du sicher? ja ja Leon guck mal ich bin in Area 51 ich hab keine Ahnung wo ich bin ich hab keine Ahnung wo ich bin die die Weltbord nicht eigentlich glaube ich kuschel gerade die World Border aber bin ich mir unsicher das gespeichert ja achten trotzdem ja bis lang sich zerstört wurde so spielen die mal eine runde fort profi einbrechen das flugzeug kann man klauen pick up specs ob stop da du solltest das ausrüsten wo hieß und ich bin mir klasse ich habe ich habe mich das macht auch mehr schutz vor schaden bis zum spieler oder es aber ich so aus wie ein spieler weil so komisch rumgelatscht oder musik abputzen Komm, lass mal hier bestem aktivieren. Ich dachte, ich hab das für den Katana. Kannst du dieses Flugzeug da klauen? Wahrscheinlich nicht. Scheint nicht nachher Objekt zu sein. Klammer, Klammer, Objekt. Soll ich vielleicht mal mein Schalldämpfer wieder draufpacken? Ja. Ich mein, es geht sehr grauer. Ich muss kurz nachladen. Komm, frisse Weg. Jetzt. 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 Komm, komm, jetzt. Ich kann meine Mutige gehen langsam raus. Okay, das Video ist jetzt vorbei. Was macht Gott hier denn?